um einen wunderschönen guten Tag zu was am Ende und herzlich willkommen zurück zu let's play GTA Online mit Dennis und er ist wieder auf Zugjagd Hallo Oh Dennis wo fliegst du ihm? Gegen Fels Soll ich Zug verfolgen? Mache was sie wolle Na komm, dann führte ich folge nähe, wir, die, zuge Jagi, die train We train I got a train for ya Yeah Oh shit Alter, das hab ich grad gar nicht gesehen I got a train, woa Next try Hey Kann das sein, dass dein Moped raucht? Ja 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 Nein Hey Dennis Ich hab's geschafft Was los? Woa Woa Kommst du? Mein Lämpchen vorne ist gut Woa, mein Motorrad brennt Ich brenne What the heck Was? Ich hab's explodieren sehen Alter Da steig auf, ich fahr dich zur Straße Dann kannst du es wieder bestellen Alter Kommt ein vergebautes Brenngeladen und flippt in die Luft Ich bin halt, äh Ich hab halt doch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen als deiner Normalerweise müsstest du es hierher bestellen können Ja, ich bin die Karte am anrufen für Morse Mutall Ey, ich sogar kostenlos, warum auch immer Läuft bei mir Ey, du Ge weg, ge weg, dukt dich, dukt Hallo, wo man da nicht geschossen hat Hä, warum glaubst du mal immer toll? Was einfach, du, 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 du Ein Schuss Ein Schuss Ein Schuss Jetzt hat ich Mob mit einem Platten Jetzt hab ich die Polizei aber auch schon gefährlich in der Hülle Äh, warte mal, ich muss mal schnell dem Stefan schreiben Du, 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 du Ah, da ist er wieder, der Deniz Da vorne sind die Puzzilisten, Angriff Wo? Schieß nochmal Genau Seid beide auf den Fahrer, ist uns umgebracht Ja, hab ich gesehen, deswegen zeig ich jetzt, wir schießen nochmal Oh mein Gott, das sind wieder welche Ich geh mal Munition kaufen Was gehst du kaufen? Munition Und du lässt mich jetzt hier alleine, oder wie? Ne, das schaffst du Lass doch locker Ja, nicht auf dem Motorrad Ja, dann hau halt ab Dann fahr da hin, wo der nächste Ammonation ist und warte dort Hey, da ist Schwupsi Hey, da ist Schwupsi Der verfolgt mich Wer? Der Schwupsi Ja Alter Was ist der für Level? Keine Ahnung, aber er erschießt mich Nein, jetzt bin ich echt mit dem Motorrad im Wasser gelandet Es ist doch jetzt echt nicht nötig, dass er mich erschießt, ich hab ihm nichts getan Ja, das meinst du Ja, ich mein klar, wir haben auch schon hier sinnlos randaliert auf einem Server und so, aber Ich glaub der war vielleicht einer der Toten Nein An so einen komischen Namen könnte ich mich erinnern Oh, Sanchez kostet 87 Dollar zum Reparieren Was, echt? Ja Süß Gleich so viel Ja, unglaublich Unglaublich Hä, wieso gibt es nur noch 10 Haftbomben? Hä? Es gibt 25 immer noch Ja Es hat nur gerade gehangen Oder auch immer Warum gibt es eigentlich die Raidgun nicht im Multiplayer-Modus? I don't knuff Finde ich irgendwie schade, weil ich finde die mega cool Benzinkanister Brauche ich auf jeden Fall Und Annäherungsminen brauche ich auch wieder Lenkraketenwerfergeschosse Leuchtpistolengeschosse Der Typ wartet vor dem Ammonation auf dich, glaube ich Ernsthaft? Ne, jetzt fährt er gerade ein Stück weg Clearly you ain't just the hobbyist Ey, da hab ich jetzt halt nicht wirklich Lust drauf Ich habe kein Interesse daran Ne, er fährt weg Ich verfolge ihn mal Ich denke, du hast die richtige Wahl gemacht Tu das Du hast ihn nicht Du hast ihn nicht Nee. Nee. Ey, dein Papa hört mal voll. Sag mal einen schönen Gruß. Okay. Okay. Wollen wir irgendwann nochmal. Ja. Ist okay. Sollst du einen schönen Gruß sagen? Ja. Schönen Gruß noch vom Nico. Zurück. Dankeschön. Und, hast du einen netter Wüste oder was? Nee, weil... Musst mich jetzt ja auf meinen Vater konzentrieren. You moved. Au. Hey, ich hab dich jetzt umgefeffert. Hörst du auf? Hörst du auf? Aua! Ich bin eh schon fast tot. Du witziger Volt. Komm auf in die Stadt. Und spiele hervorheben Schworzi. Schwobzi. Schwobzi heißt er. Schwobfi. Hallo... Young... Running... Musst du auf dem Reifen von dir drauf schießen. Der ist wohl sicher. wieso bist du schneller als ich? weil ich die ganze Zeit im Weedie fahre und da fährt das Motor automatisch schneller der Klaus12385 ich würde sagen er heißt Klaus nein ich bin der Effe Manfred das ist so fest nur jetzt keine Ahnung ich dachte mir ich spring da jetzt mal wo ist denn der Typ Schmidi hat das Spiel verlassen aber nicht Schwossi oder? der ist im Haus die Twin Towers da Tinsel Towers meinst du? ne die Eclipse Towers mein ich sorry dann fahren wir da mal hin und platzieren vor der Garage ein paar Anregungsmedien das wäre doch das schönste Willkommensgeschenk überhaupt nein wenn da zwei Panzer davor stehen hallo Schwossi und bumm oh komm ja das machen wir also jeder beim Panzer bestellen Pegasus hello this is Pegasus Lifestyle Management how can I help? thank you sir meiner steht wieder am Arsch der Welt meiner steht wieder am Arsch der Welt meiner steht wieder am Arsch der Welt ne ich weiß gar nicht warum ich eigentlich Pegasus bestelle ne ich ruf die an die liefern es mir fahr hin es ist nicht da jemmer das gleiche wirklich immer nein jetzt hat es mich doch noch runterkauen ich bin grad von irgendwie von Haus zu Haus gesprungen so immer so aufgedutzt aufgedutscht wuuuuh alter fliegt der hoch alter ich flog grad so hoch bei dem Sturz dass mich mein Fallschirm geöffnet hat Null ja hallo Panzer PANZER ich küsse sie der war ja gestern beim Kochstuhl wer der Panzer voll Panzer toll alter Nummer 3 der es nicht liefern kann alter ey ein scheiß Dreck ich hab meinen ja meiner ist mir immer zu dämlich das zu liefern ey da arbeiten nur Behinderte vielleicht liegt es auch an Tieren nein aber du musst umfangen der ist jetzt ungefähr da wo du bist wir spawnen auf der Pferderennbahn really ja da ist meine aufgespawnt kennt man ja Pferderenn und in der Mitte steht immer ein Panzer ja normal ja mach ich auch wo ist der Eingang davon da wo mein Moped liegt da wo dein Moped liegt super wo liegt der Moped sehe ich das? nö ah da ist der Eingang ich mach grad die ganzen Leiter denn hier kaputt willst du das wirklich Junge willst du das wirklich Junge er hat mein Panzer gerammt wird sagen das war berechtigt ich fahre mit Polizei Autos vorbei und ich krieg instanten Stern ich hab noch nicht mal geschossen oh Gott du hast 9 Agenten getötet ja das habe ich mir jetzt nicht stehen gelassen hey nicht auf mich tue ich nicht auf dich sie ist nicht auf dich keine sorge ich fahre jetzt ohne Stern bis zu den Tünseltowers hey wo ist noch nicht was sie immer noch im Haus der ist nicht mehr im Haus dennis dann muss er irgendwann das sein ne ich sehe ihn blinken links genau links ja ich fahre jetzt links ich fahre jetzt links ich fahre jetzt links wer geht in den Ding rein na ist das gut Los Vantos dann können wir da vor der Tür warten musst du aber helfen die ganzen Bullen abzuknallen ja ja warte du einfach da ich muss ihn erschießen na komm na komm schwasi na komm dein Fluss geht sich unter das Auto gleich mal schön in die Luft jagen ich fahre jetzt mit dem Hellchen jetzt kommt er glaube ich raus ich fahre jetzt ich fahre jetzt du hast das Spiel verlassen jetzt hat jeder das Spiel verlassen bei mir dann wärst du noch alle drin ja aber ich nicht du auch oh man ich muss dir beidrehen wieder jetzt darf ich mir wieder neuen Panzer bestellen ey ich hab wieder die Pille getötet ich hab wieder die Pille getötet ja ist doch ok man das kotzt mich an ich wollte Schwasi töten dann töte du Schwasi für mich ok schaffst du das? Dennis schaffst du das also ich schaff das nur nur? ja wenn die Polizei mich nicht weiter aufregt ja dann lässt er Spieler nimmt nicht mehr an der Sitzung bei äh Teil Alter was ist denn da jetzt wieder los? Schwasi ist tot nein ist er nicht der hat sich wegge... der ist weggepackt ich hab ihn erschossen er drauf geschossen naja dann hat er wahrscheinlich ein Aimbot an oder so ein Anti-Killbot Alter ich hab jetzt viermal einen Typen getroffen der lebt immer noch ja dann würd ich sagen dann leckts bei dir grad ein bisschen aber ich bin so froh dass die technischen Probleme von meinem Rechner jetzt weg sind hey das glaub ich dir gern ja bin ich bei dir in der Sitzung? äh mir wird zumindest nichts angezeigt nein doch bin ich ah jetzt ja ja so gimme gimme Panzer wo ist er? ich weiß auch nur wo er ist er hat ihn verloren ne ne ähh mein Panzer verdammt hier geht's guck mal den Panzer so ich bin jetzt mal ein Schisser der funktioniert so bei mir diesmal hey da ist mein Panzer soo wo ist Major Kampfkeks? Major Major Krampfratte oh ich hab Klaus getötet oh ich hab Klaus getötet wo war Klaus gestanden du hast denn Klaus getötet? hast du dich nicht schämst? aber die Ecke hier ist geil da muss ich dich super verschanzen mit nem Panzer verschanzen ey da kommt ein Spieler auf dich zu da kommt ein Spieler auf dich zu da kommt ein Spieler auf dich zu HÄH ja jetzt ist ein Polizeiauto und mich reingefahren unten ist es explodiert und hat mich gleich mitgerissen beim Auto war mein Ding weiß ich es so gut wie gut ja da muss man oh Pegasus I want a new Panzer Herr Federn noch jemand von Panzer? ey Wett ist doch so nice äh ne äh ne Alter das war ein Soldat das war ein Soldat tatsächlich das war ein Soldat der ist einfach in den Panzer eingestiegen das bin ich das bin ich das bin ich das bin ich da rechts steht ein Panzer Dennis da steht ein nagelneuer Panzer wo? das ist da bei mir siehst du den nicht auf der Straße stehen hey was ist passiert? ok ok so ihr ist hier ah doch da drüben du Blinder alter ok das ist ein nagelneuer Panzer also jetzt nicht mehr ganz neu kommen wir nicht rein echt ne? ne komm nicht rein ne 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 das Klaus gewesen Gewesen. Ne, da ist noch Klaus. Du Lusche. Da hat man, dass man seinen Panzer nicht zu seinem persönlichen Fahrzeug machen kann. Immer wieder Panzer anfordern. Wieder und kommt, spawnen direkt neben einem. Oh, wäre das geil. Professor Doc Steeler. Ne, der hat mich mit einem Raketenwaffe beschossen, Alter. Tja, das ist natürlich blöd für den, ne? Das ist richtig. Der zieht der halt mal den Kürzeren. Hast du da einen Panzer? Ja. Speed on the road. Klaus kommt auf dich zu. Du hast es nicht geschafft. Ne, der war leider etwas zu schnell. Oder hält der Krummer auch einen Panzerschuss aus? Weil ich glaube, ich habe ihn sogar einmal nicht getroffen. Kann ja auch noch. Alter. Du hast du das Spiel verlassen. Ja, ey, das kotzt mich doch langsam echt an. Ey. Disco oder eingefroren oder? Nein. Äh, wieder dieser Bug. Du hast alle das Spiel verlassen. Ach so. Ey Leute, könnt ihr es mir mal bitte in die Kommentare schreiben, falls ihr da irgendwie Abhilfe wisst, dass man das irgendwie hinkriegt. Ich habe noch nichts gemoddet. Ich habe keine Skins drin oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt aktuell. Äh, es geht einfach nicht. Und ich fliege dann immer ständig raus. Und in dem Sinne beende ich jetzt aber auch die Folge und sage schon zum Dankeschön für Zuschauen. Macht's gut. Ich habe euch alle lieb. Tschüss. Servus. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020